herzlich willkommen bei vivo terra hier und jetzt natürliche rhetorik kennst du den spruch wer fragt der führt klammer ja kennen wir alle das wäre eine unzulässige unterstellung klammer besser ist ja kennen die meisten das kennen nicht alle also wer fragt er führt nein und das behaupten die matrix fürsten deshalb sage ich ja spruch kennst du den spruch und nicht lehrsatz und dazu kommt mich kann auch nur jemand führen wenn ich das zulasse sei also vorsichtig mit dem blinden übernehmen von solchen sprüchen und bist du auch nur ein phonograph ich sage wer die besseren fragen stellt und die besseren antworten kennt der führt wer die stärkere rhetorik kennt der für die gespräche oft werde ich gefragt was sagst du wenn dich die leute in ein negatives gespräch verwickeln wollen und du dich da rausnimmst weil du genau weisst was da passiert sie das aber ignorant finden du empfiehlst die menschen dort abzuholen wo sie sind gilt das immer das sind zwei fragen und benötigen zwei antworten frage 1 was sagst du wenn dich die leute in ein negatives gespräch verwickeln wollen und du dich da rausnimmst weil du genau weisst was da passiert aber die leute das ignorant finden antwort ich entferne mich jetzt aus diesem gespräch weil es in den tiefen schwingungs bereichen geführt wird und dort will ich mich nicht länger aufhalten als absolut nötig und was diese menschen als ignorieren bewerten ist keine ignoranz meinerseits denn ich entferne mich ja bewusst aus diesen tiefen schwingungs bereich frage 2 du empfiehlst die menschen dort abzuholen wo sie sind gilt das immer antwort ja das gilt immer es gilt dabei auch dass ich wähle welche menschen ich wo abhole ich bin selbstbestimmt man nennt das auch selbstermächtigung nicht andere bestimmen über mich also es gilt immer es gilt dabei auch dass ich wähle welche menschen ich wo abhole und wenn ich merke dass diese menschen nicht bereit sind sich aus dem tiefen schwingungs bereich herauszuführen zu lassen gilt mein verhalten wie bei frage 1 in gesprächen und diskussionen genügen ein paar wichtige wenige grundregeln eine wichtige grundregel ist lass dich nie in einer verteidigungsposition manövrieren oder fange nie an dich zu rechtfertigen wenn dir keine passende antwort in den sinn kommt sagt einfach das halte ich für eine bloße behauptung und schon ist dein gegenüber in der situation dass er beweisen muss dass es mehr als eine behauptung ist umgekehrt wenn dir jemand unterstellt du würdest nur behauptungen äußern sagst du dann beweise mir dass ich weiß bereits dass mein argument stimmt alles gute bleibt im frieden und bis zum nächsten hier und jetzt bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020